Der Transfermarktrausch erreicht seinen Höhepunkt, als die Spekulationen über das ungewisse Schicksal von Marcel Hartl, der derzeit für den FC St. Pauli auf dem Rasen glänzt, brodeln. Unterdessen herrscht auf der Tribüne von Borussia Mönchengladbach eine elektrisierende Atmosphäre, die von der Flamme der Hoffnung angetrieben wird, insbesondere nach einem exklusiven und aufschlussreichen Interview, in dem der 29-jährige Mittelfeldspieler seinen unstillbaren Wunsch deutlich machte, in der nächsten Bundesliga-Saison herausragende Leistungen zu erbringen. Mit dem bevorstehenden Auslaufen seines Vertrages rückt Hartl in den Mittelpunkt des Interesses mehrerer deutscher Elite-Fußballvereine. Allerdings gibt es Gerüchte, dass seine Vorliebe in den Reihen von Borussia Mönchengladbach liegt. Hinter den Kulissen nehmen die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Hartl zu Gladbachs Gramados zu und schüren nicht nur die großen Hoffnungen der Fans, sondern schüren auch Befürchtungen, dass sie diese einmalige Gelegenheit zur Verstärkung ihres Kaders verpassen könnten. Hartls späterer Wechsel zu Borussia Mönchengladbach würde nicht nur eine strategische Verstärkung für das Mittelfeld bedeuten, sondern auch eine wertvolle Portion Qualität und Kreativität in alle Bereiche der Mannschaft bringen. Seine ausgefeilten technischen Fähigkeiten, seine scharfsinnige Sicht auf das Spiel und seine chirurgische Präzision im Abschluss sind nur einige der Qualitäten, die Hartl als Spieler mit echtem Weltklasse-Potenzial auszeichnen. Obwohl er sich bereits als prominente Persönlichkeit in der zweiten deutschen Liga etabliert hat, ist er aufgrund seiner Bereitschaft und Fähigkeit, sich den Herausforderungen der Bundesliga-Elite zu stellen, eine äußerst wünschenswerte Anschaffung für jeden Spitzenklub. Mit 29 Jahren befindet sich Marcel Hartl in seiner sportlichen Blüte und ist bereit, seinen Erfahrungsschatz und sein Talent in jedes Team einzubringen, das ihn herzlich willkommen heißt. Die Vorfreude der leidenschaftlichen Borussia Mönchengladbach-Fans auf die Aussicht, Hartl als Vereinsmitglied zu sehen, ist spürbar, ein Feuer, das hell brennt. Teilen Sie Ihre Meinungen, Träume und Gefühle in den Kommentaren mit und bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, um die neuesten Updates zu den laufenden Verhandlungen zu erhalten.